Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr hier seid. Ich möchte heute diesen Effekt nachzaubern. Das habe ich bei LIA DIA Designs gesehen und ich fand es so toll, dass ich das auch probieren musste. Dazu habe ich hier diese Farben genommen, die ihr seht. Das sind keine Alkoholfarben, sondern ganz normale flüssige Harzfarben. So, was ich gemacht habe, ich habe mir 60 Gramm Harz abgewogen und gebe da fünf Tropfen Weiß rein und rühre ganz, ganz wenig da drin rum. Also ich mische das nicht total da rein. Okay, das waren ein paar mehr wie fünf, aber jo. Ich nehme also Farben in der gleichen Farb, im gleichen Farbschema für eine Farbe und wie gesagt, ich tropfe da dann ganz wenig Weiß rein und rühre das nicht ganz um. Das heißt, ich werde das nicht glatt rühren, dass es eine einzige Farbe gibt, sondern ich rühre, wie ihr seht, nur ganz bisschen da drin rum, dass das noch so einen marmorierten Effekt hat. So, und das gleiche mache ich jetzt hier noch mit dem grünen. Und dann ist die Magie eigentlich schon fertig, weil man muss das jetzt nur noch in die Form gießen und dann müsste das eigentlich diesen Effekt geben. So, reingießen und fertig. Leider kann man dadurch, dass die Form so eine rote Kackfarbe hat, das nicht richtig erkennen, wie sich die Farben spielen. Aber man sieht schon, dass da dunklere Stellen sind und hellere Stellen. Und das ist einfach das, was ich erreichen wollte. Und das ist auchsea, dass dasin. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, und das ist das, was dabei rausgekommen ist. Ich mache noch mal Bilder im Licht, dass ihr sehen könnt, was ich meine. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Das zeigt YouTube, dass die Leute interessiert sind an den Dingen, die ich tue und das befähigt mich weiterhin, tolle Videos für euch zu machen. Dankeschön! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.